Was läuft, was läuft, was läuft? Euer Fraps ist hier, heute mit einem neuen Video, Freunde. Aber bevor es damit überhaupt weitergeht, tut mir auf jeden Fall leid, dass ich so ein bisschen zu spät bin. Kollege hatte Geburtstag, lange Geschichte, diesmal ist Anna, nachts hier und da. Auf jeden Fall würde es mich natürlich umso mehr freuen, wenn ihr die Videobeschreibung abchecket. Ja, moin, Digga, was ist hier los? Auf jeden Fall, Freunde, ist es so, dass wir ja Black Friday haben, bzw. die Black Friday Woche. Es geht bis zum Montag und da gibt es auf jeden Fall extrem krasse Angebote. Ich kann euch auf jeden Fall nur raten, die Videobeschreibung abzuchecken. Dort findet ihr extremst günstige Playstation-Karten und sonstige Sachen. Schaut da gerne mal vorbei, es gibt halt mega krasse Angebote. Tragt auch auf jeden Fall gerne meinen Support-O-Creator-Code ein. Ich habe auf jeden Fall den Shop noch nicht gesehen und würde jetzt sagen, dass wir da mal direkt drüber switchen und uns das Ganze am besten mal anschauen. Let's go. Oh, neuer Gleiter. Oh, und, und, neuer Skin? Ich glaube, ja, ja, kann sein. Oh, und neue Spitzsacke. Oh, 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 oh. Okay, fangen wir dennoch erstmal auf der rechten Seite an. Revolte Altskin. Zuletzt vor 174 Tagen im Shop gewesen. Ist okay, muss aber jetzt nicht sein. Da haben wir auch so ein cooles Rückenrass gesordertes Skateboard. Finde ich auf jeden Fall nice. Keine Ahnung, also finde ich irgendwie nicht so nice. Damals habe ich den übelst gefeiert, aber mittlerweile ist das auf jeden Fall nicht mein Ding. Gitarrenwalk, Freunde, beziehungsweise Gitarrengang. 136 Tage lang war da nicht im Shop. Viermal insgesamt. Ist cool, gefällt mir. Kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Dann haben wir hier Zahnseitenwirbler. War zuletzt vor 21 Tagen drin. Insgesamt schon fünfmal. Nichts Besonderes, nicht spezielles, aber cooler Zahnseitentanz. Muss man auf jeden Fall schon sagen. Dann haben wir hier Mika. Mika habe ich mir bis heute noch nicht gekauft. Finde ich irgendwie nicht cool. Aussehen gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Deswegen lasst halt lieber die Finger davon. 128 Tage ist es her, dass sie zuletzt drin war. Insgesamt jetzt mit heute dreimal im Shop gewesen. Dann, Freunde, haben wir hier auf jeden Fall noch eine, ja, so eine Spitzjacke. War zuletzt vor 250 Tagen im Shop. Insgesamt sechsmal. Und wenn man hier da drauf schlägt, dann hört man halt so einen Mikrofonton, wie wenn man aufs Mikrofon drauf schlägt. Finde ich auf jeden Fall ganz entspannt eigentlich. Aber habe ich mir bis heute nicht gekauft. Finde ich irgendwie nicht zu entzücken, muss ich ehrlich gestehen. Dann haben wir hier auf jeden Fall so ein Black Friday Angebot. Und zwar das Vertex Paket. Und der Preis, der da steht, ist nicht der originale Preis, den ihr theoretisch gesehen bezahlt. Sondern ihr bezahlt 2000 V-Bucks. Also 3600 hat das eigentlich an Wert. Aber ihr bezahlt eigentlich nur 2000 V-Bucks. Es wird ab heute jetzt insgesamt drei bis vier Pakete geben, die euch zulegen können. Und alle sind dann genauso reduziert wie jetzt hier in diesem Fall. By the way, wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, wie lange das her ist, dass da drin war. Dies, das, oder anders. Also Vertex-Dings, also Vertex-Paket natürlich das erste Mal. Aber der Vertex-Skin an sich war zuletzt vor 270 Tagen drin. Insgesamt sieben Mal. Und finde ich auf jeden Fall nice. Ich habe halt die Xbox-Version. Ich glaube, das war die Xbox-Version. Die Lina, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall habe ich die seltene Edition. Deswegen ist es hier irgendwie für mich nicht so relevant, würde ich sagen. Dann vorne haben wir hier auf jeden Fall was Interessantes. Und zwar Zuki und diese Kupfer-Wespe. Zuki ist cool, Wespe ist auch entspannt. Aber finde ich beide jetzt nicht lohnenswert zu kaufen. Wir haben auch passend dazu jetzt beispielsweise seine Spitzsacke. Die Spitzsacke finde ich mega cool. Und die Lackierung eigentlich auch hat so einen coolen Effekt. Und ich würde euch davon abraten. Beide Sachen, also beide Skins waren zuletzt vor 35 Tagen im Shop. Jeder muss jetzt für sich selber wissen, ob er da Bock drauf hat oder nicht. Heute neu haben wir hier Schwefeltyran. Neuer Skin auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, dass er schon brutal ausschaut, Alter. Was sind das für Hörner? Ein bisschen homosexuell angehaucht, würde ich sagen. Aber ganz cool hier mit diesen Flossen. Rücknachstor sieht übel heftig aus. Also den werde ich mir mal zulegen. 1.500 V-Bucks ist jetzt auch noch nicht so die Welt. Ehrlich gesagt, hätte er den als legendär eingestuft. Schaut echt cool aus. Also gefällt mir. Glühende Klingen finde ich extremst nice. Voll mein Ding, Freunde. Ich mag ja doppelendige Spitzsacke. Und das ist auf jeden Fall so eine richtig coole doppelendige Spitzsacke. Werde ich mir auf jeden Fall mal zulegen. Richtig, richtig nice. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal Dämonika-Freunde. Dämonika zuletzt vor sieben Tagen insgesamt drin gewesen. Ne, vor sieben Tagen. Insgesamt siebenmal drin gewesen, zuletzt vor 90 Tagen. Ist okay, ist okay. Dann haben wir heute neu, was ich mega cool finde. Einen neuen legendären Gleiter, der extremst heftig ausschaut. Brennende Bestie, Freunde. Und ähnelt auf jeden Fall der anderen fliegenden Kreatur. Diese Eis-Typ da. Aber werde ich mir zulegen. Finde ich extremst heftig. Legendär zu auf jeden Fall verdienen, finde ich. Von der Optik her, ne. Und die legendären sind extrem selten. Die kommen immer sehr selten in den Shop. Also kann man auf jeden Fall gerne machen. Soviel auf jeden Fall dazu, Freunde. Eure Meinungen natürlich direkt mal unten in die Kommentare. Ich würde mich dann soweit hier an der Stelle verabschieden. Und würde dann sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Geht in die Mitte. Ey. Wir haben Reddy die Welt vergessen. Oh. Ähm. Ja. Äh. Ja. Ja. Gehen wir in die Reddy die Welt, wo das am besten ist. Okay. Was haben wir denn hier? Negrinne Strollschatz-Lama. Na. Muss nicht sein. Gegengestandjob ist weiterhin gleich geblieben. Hätte gehofft, dass wir auch hier vielleicht ein cooles Update bekommen bezüglich Black Friday. Aber leider Gottes nicht. Naja. Was wir mal machen, Freunde. Das Leben ist hart. Ich würde mich dann verarschen. Äh. Verarschen. Hä? Was ist heute los? Diese anderen Versprecher, Freunde. Ich würde mich dann verabschieden. Wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Geht in die Mitte. Euer Fraps und ciao. Geht in die Mitte.